Absolut verrückte Bärnackel-Boxkämpfe in mehreren Metern Höhen über Wasser auf einem Lagercontainer. Das ist das neue Format jetzt hier von Punch Club, einer russischen Promotion. Also überlasst es auf jeden Fall den Russen die verrücktesten Kampfformate der Welt zu gründen. Naja, jedenfalls werden wir da jetzt gleich mal drauf reagieren und ich sage euch mal meine Meinung dazu. Doch bevor wir lossehen, gibt es erstmal eine ganz kurze Werbung. Ob Kampfsportartikel bei Kuntpon oder die besten Supplements von Zek Plus. Mit meinem Rabattcode RING10 spart ihr auf beiden Seiten immer mindestens 10%. So kann die erste Aufnahme auf jeden Fall losgehen. Die wissen wie man die Männer lockt hier. Okay, hier gibt es gar keine Vorstellung großartig zu den Fightern, sondern der Kampf beginnt jetzt direkt. Der eine kassiert schon eine wiese Bombe und der zweite kassiert eine Bombe. Beide rutschen jetzt hier die ganze Zeit hin und her. Und der erste fällt schon ins Wasser. Okay. Also, da klatscht es schon richtig gut zwischen den beiden, ja. Klatsch, klatsch, klatsch und der fällt runter. Okay. Die zweite Fightpaarung, also das sind mehrere Kämpfe, so wie es wohl jetzt ausschaut, hintereinander. Die zweiten sind jetzt auch oben auf dem Kanister drauf. Der eine hat Schuhe an, der andere nicht. Also ich glaube, der mit den Schuhen wird besser performen, weil er besseren Grip hat. Ja, der hat Allradantrieb, während der eine nur Heckantrieb hat. Stopp, 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 stopp. Oh, der wurde angenockt. Also aktuell irgendwie geht es den Leuten in Russland nur noch darum, Hauptsache irgendein Format zu erfinden, das die andere noch nicht machen. Ja, da gibt es dieses, in dem Auto diese Kämpfe, ja, wo die sich anschnallen, abschnallen und dann sich im Auto auf die Fresse hauen. Dann das in der Telefondose, in der Telefonzelle. Jetzt auf einem Container über Wasser. Also, was ist das nächste? In dem fliegenden Flugzeug und der erste, der runterfliegt, ist tot. Hat verloren. Naja, egal. Also, paar Gedanken. Absolut sinnloses Format natürlich. Ist lustig, das anzuschauen. Zweitens. Also, das ist halt lebensgefährlich, ne? Seien wir mal ehrlich. Es ist wirklich lebensgefährlich. Stellt euch mal vor, ein Typ wird hier hardcore erwischt ans Kinn, geht Knockout, fliegt ins Wasser. Und schluckt unter Wasser dann, was weiß ich, wie viel Liter und verreckt dort. Also, ich weiß nicht, ob die da jetzt hier direkt unten so eine Wasserwacht haben, die sofort hinterher taucht. Aber das wäre auf jeden Fall nötig, ja? Sau gefährlich auf jeden Fall. Es sind halt jetzt mehrere Sachen, die das ganze Ding natürlich noch erschweren, ne? Man darf nicht vergessen, der Container, der hängt hier in der Luft. Je nachdem, wie die sich also bewegen, wackelt der ja auch noch, ne? Was zusätzlich das ganze Thema mit der Balance erschwert, wie man jetzt hier ganz gut sehen kann bei dem. Und natürlich, dann ist auch noch der Boden alles nass. Also, man rutscht die ganze Zeit einfach nur hin und her. Ja, also, der eine Typ sollte jetzt rausgenommen werden aus dem Kampf. Der kniet sich die ganze Zeit hin bei jedem einzelnen Treffer. Der ist, glaube ich, nicht mehr wirklich dabei. Oh, ho, 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 ho. Der hat einen richtig bösen Treffer direkt auf die Schläfe bekommen, als er nach vorne marschiert ist. Nimmt den Typen raus, ey, unnötig, dass er weiterkämpft. Neun. Und, okay, er ist raus. Also, das Ganze geht ziemlich zackig, ne? Also, sind wahrscheinlich im Schnitt, die Kämpfe gehen wahrscheinlich immer nur eine Minute lang oder so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendwas wirklich länger gehen wird. Die Umstände ermöglicht es einem, glaube ich, einfach nicht wirklich länger zu kämpfen. Oh, und direkt mit dem ersten Treffer runter. Gar nicht lange drum herum reden. Es geht weiter. Jetzt haben wir zwei Schwergewichte. Ihr wisst, wir haben hier einen Glatzkopf. Ich wette, natürlich hier auf den Glatzkopf. Wobei der andere irgendwie ein bisschen strammer aussieht. Aber mal sehen, vielleicht überrascht uns der Glatzkopf. Okay, ne, ich glaube, der Glatzkopf hat gar nichts drauf. Was ist das denn? Was machen die beiden da gerade? Boah, der Glatzkopf kann gar nichts. Also, das ist jetzt irgendwie ein bisschen so eine Mischung aus Boxen und Sumoringen, was die beiden da jetzt gerade machen. Wobei, also, ich sage ehrlich, für den Glatzkopf sollten die da hinten einen Grill mit Würstchen aufstellen. Dann kann er sich da als Grillmeister aufstellen. Aber hier oben beim Kämpfen hat er nichts verloren eigentlich, meiner Meinung nach. Der kann gar nichts. Schaut mal. Der kann halt wirklich absolut gar nichts. Okay, ist das jetzt so unentschieden? Beide sind runtergeflogen. Okay, beide müssen jetzt weitermachen. Ist wohl kein Unentschieden, wenn beide runterfliegen. Es geht weiter. Ich habe die ganze Zeit überlegt, an wen mich der Glatzkopf erinnert. Von der Art und Weise, wie er kämpft gerade. An Bob Sepp. Erinnert ihr euch an Bob Sepp, diesen Schwarzen, der in Japan immer so gekämpft hat? Ein absolutes Monster. Wenn man sich den angeschaut hat, hat man sich komplett eingeschissen. Wenn er dann gekämpft hat, sah er aus wie so ein Riesenbaby, das einfach nur am Kuscheln war. An den erinnert er mich gerade. Original. Seid ehrlich, wenn ihr Kämpfe von Bob Sepp angeschaut habt, dann ist es eins zu eins dasselbe gerade. Aber warte mal, der Glatzkopf teilt jetzt hier gerade eine Gum-Gum-Maschinenpistole-Schlagkombination aus. Fünf, sechs Schläge in Folge, kurz durch die Mitte. Das mögen sogar Kettenfauststöße aus dem Wing Chun gewesen sein. Möglicherweise haben wir uns hier alle komplett getäuscht und er ist eigentlich ein Wing Chun-Nahkampf-Kampfsportmeister. Und nur Teilzeit-Grillmeister. Ich wusste es von Anfang an, die Glatze gewinnt, ja. Man soll niemals gegen eine Glatze wetten. Stopp, stopp. Stopp. Der Referee, Junge, der hat gerade Tourette-Anfall gehabt. Wie oft hat er jetzt hintereinander Stopp gesagt, als ob die das nicht verstanden haben. Jetzt werden gute Schwinge ausgeteilt. Der mit der schwarzen Hose rutscht fast aus, aber der... What the fuck, was hast du denn gerade? Der schwarze fällt fast rückwärts runter. Der Glatzkopf rutscht auf ihn drauf, rutscht dann halb runter, versucht sich festzuhalten. Der Referee versucht ihn festzuhalten und dann fällt er trotzdem ins Wasser. Ah, das war jetzt echt lustig. Ich frage mich ehrlich, wie der es eigentlich geschafft hat, über ihn drüber hinweg und dann ins Wasser zu rutschen. Es gibt noch eine einzige letzte Kampfpaarung bei diesem Event. Richtig großer Kerl auf der linken Seite, ordentliches Schwergewicht. Etwas kleinerer Pass auf der rechten Seite. Da könnte es jetzt richtig krachen. Also ich gehe davon aus, dass das Ding sehr, sehr schnell vorbei sein wird jetzt hier. Gute Beinarbeit von dem Kollegen in der roten Shorts. Voll unnötig. Ich weiß nicht, warum die das jetzt am Ende da so reingebaut haben. Was war das jetzt gerade für ein Stunt? Naja, scheiß drauf. Ey, das war es mit dem Video. Freunde, das ist absolut sinnlos. Keine Ahnung, was das für ein Scheiß sein soll. Aber naja, gut, lustig ist es, unterhaltsam ist es. Schreibt mir mal eure Meinung auf jeden Fall zu diesen russischen Containerkämpfen über Wasser in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Und das war es. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dahin bleibt alle gesund, passt auf euch auf und ciao, ciao.